Das Reich Elam mit der Hauptstadt Susala köstlich des Tigris in einem Gebiet, das heute Chosistan genannt wird. In seiner wechselvollen Geschichte, zwischen 3.000 und 640 v. Chr. wurde es immer wieder von den Mächten des Zwei-Strom-Landes erobert und fiel seinerseits häufig in Mesopotamien ein. Der Landesname Elam entstammt der griechischen Bezeichnung Elimaia, die wiederum dem hebräischen Wort Elam entlehnt wurde. Die Eigenbezeichnung war Hal-Tazi oder Hat-Am-Ti und bedeutet Land der Könige, Fürstenland. Geschichte Hauptsiedlungsgebiet der Elamiter war das Flachland im Südwesten des heutigen Iran, im Wesentlichen die heutigen Provinzen Elam, Chazistan und Luristan. Zum Gebiet des alten Elam gehörte weiter im Osten auch das Bergland um Anzan, was Teile der heutigen Provinz Kogeluje und Boya Ahmad und den Westen von Fas umfasst, proto-Elamisch. Die proto-Elamische Sprache war, wie das Sumerische, weder Indo-Europäisch noch Semitisch. Bisher ist es nicht gelungen, die Schrift zu entziffern und daher kann auch nicht mit Sicherheit belegt werden. Dass es ein Vorgänger des Elamischen ist, ein Argument für die Kontinuität sind einige Zeichen, die in beiden Schriften ähnlich sind. Ein Argument dagegen ist der lange Hiatus zwischen den Schriften. Proto-Elamisch ist daher ein problematischer, aber etablierter Fachbegriff. Das proto-Elamische wird relativ in die Susa-III-Phase in der Susianebene datiert mit einem Zentrum in Susa. Auf dem Ianischen Plateau fällt es zeitlich in die mittlere und späte Banisch-Phase. Hier ist der Fundort Tal-i-Maljan das Zentrum. Absolut wird es etwa in das erste Drittel des dritten Jahrtausends vor Christus datiert. Da beide Fundorten zeitgleich zu Beginn des dritten JTS proto-Elamisch werden, konnte die Herkunft des proto-Elamischen nicht abschließend geklärt werden. Neben der proto-Elamischen Schrift gibt es noch weitere Hinterlassenschaften, die zur proto-Elamischen Kultur gezählt werden. Dabei handelt es sich vor allem um die charakteristische Ikonografie. Die Hauptquelle sind Rollsiegel und Figurien, Monumentalkunst ist unbekannt. Rollsiegelabdrücke wurden in großer Zahl auf proto-Elamischen Tafeln gefunden. Sie zeigen Tiere, die wie Menschen handeln. Beispiele hierfür sind das Weben, das Marschieren oder das Fischen. Eine besondere Rolle nehmen der Löwe und der Stier ein, die häufig in einer Art ewigen Kampfes dargestellt werden. In dem Mal der Stier und Mal der Löwe gewinnt neben den Siegeln gibt es einige gut ausgearbeitete Skulpturen, die ebenfalls Tiere darstellen. Diese sind einerseits einfache Tiere, andererseits anthropomorphe Tiere, die Kleidung tragen und ebenfalls bei typisch menschlichen Handlungen dargestellt sind. Vor Beginn der proto-Elamischen Kultur ist Susas materielle Kultur sehr stark von der Uaru-Kultur mesopotamiensch geprägt. Susa II wird bis zum Zusammenbruch Uruks als dieser Kultur zugehörige Fundstelle betrachtet. Bereits am Ende dieser Phase sind jedoch einige proto-Elamische Züge zu beobachten. In Susa III kommt es 2950 v. Chr. zu einem deutlichen Bruch in der materiellen Kultur. Für diesen abrupten Wechsel gibt es mehrere Hypothesen. Amit geht von einer Eroberung des Uruks Susa durch Hochland-Ethnien aus. Steve hingegen vermutet, Susa habe sich von einer Uruk-Fremdherrschaft befreit. Potts stellt fest, es gebe keine archäologischen Beweise für kriegerische Auseinandersetzungen oder den von Amit behaupteten Kampf der Ethnien. Zeitgleich mit der späten Uru-Kultur und Susa II bestand in Fars die frühe Banisch-Phase, die durch geringe Besiedlung und wenig Zentralisation gekennzeichnet ist. Tal-i-Maljan spielt keine besondere Rolle im Siedlungsmuster. Die mittlere und späte Banisch-Phase ist zeitgleich mit Susa III und ihrer proto-Elamischen Kultur. In der mittleren Banisch-Phase wird Tal-i-Maljan mit öffentlichen Gebäuden handwerklicher Spezialisierung und zentraler Administration zu einer kleinen Stadt von 45 Hektar. In der späten Banisch-Phase wächst sie sogar auf 200 Hektar an und wird von einer massiven Mauer umschlossen. Von den beiden Zentren Susa und Tal-i-Maljan verbreitet sich die proto-Elamische Kultur auf dem gesamten Ianischen Plateau bis zum Südrand der Wüste von Lut. Vereinzelt finden sich sogar proto-Elamische Objekte im Sistanbecken. Am Ende der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends bricht die proto-Elamische Kultur zusammen. Zeitgleich zur frühdynastischen Zeit in Mesopotamien beginnt Susa IV etwa 2800 v. Chr. Susa IV hat weder proto-Elamische Schrift noch die typische Ikonografie und seiner materiellen Kultur nachgehört Susa nun eher zu Mesopotamien. Am Ende der Banisch-Zeit, 2600 v. Chr., Brechental-i-Maljan und viele weitere Siedlungen in Phas einfach ab und die proto-Elamische Kultur verschwindet. Es folgt eine Zwischenzeit von mehreren hundert Jahren bis zu Beginn der alt-Elamischen Kultur. Trans-Elamisch Der Begriff Trans-Elamisch ist eine Alternative zu den Terminos interkultureller Stil oder Serie Ancier. Er bezeichnet einen bestimmten Stil, der in einem weiten Raum von Mesopotamien und der arabischen Halbinsel bis in das Industahl verbreitet ist. Eines seiner Produktionszentren ist Tepe Yahir. Der Stil datiert in die Mitte des dritten Jahrtausend v. Chr., er ist damit zeitgleich zur frühdynastischen Zeit in Mesopotamien. Bei diesem Stil handelt es sich um eine sehr charakteristische Ikonografie, die sich überwiegend auf Steatid- oder Chlorid-Gefäßen befindet. Es sind auch einige Metallgefäße in diesem Stil erhalten. Der Begriff wurde von Amit eingeführt. Aufgrund der Herkunft dieses Stils aus Südost-Tiran nahm er an, es handele sich um die Nachfolger des proto-Elamischen Stils und schließe somit die Lücke zur alt-Elamitischen Kultur, mit der sich diese Objekte zeitlich auch überschneiden. Es gibt jedoch eine zeitliche Lücke zwischen proto-Elamischem und trans-Elamischen Stil, die eine Kontinuität unwahrscheinlich machen. Trotzdem ist der Begriff in der Wissenschaft etabliert und wird mit dem Begriff interkultureller Stil synonym verwendet. Alte Elamische Periode Die alt-Elamische Periode umfasst eine Zeit von 2600 bis 1900 v. Chr. Es gibt zwei elamische Dynastien. Die erste sind die Könige von Avant, die zweiten die von Simashki. Durch die gesamte alt-elamitische Zeit wurde Elam immer wieder von mesopotamischen Herrschern erobert. Nur selten war es unabhängig. Die Dynastie von Avant In der früh-dynastischen Zeit in der ersten Hälfte des dritten Jahrtausend v. Chr. gibt es in Mesopotamien etliche Stadtstaaten, die abwechselnd Mesopotamien dominieren. Diese Dominanz wird durch das Königtum auf der sammaischen Königsliste ausgedrückt. Auch Arwan besaß das Königtum, verlor es jedoch dann wieder. Es scheint, dass es ständige Konflikte unter den Stadtstaaten gab, in die Arwan manchmal hineingezogen wurde. Seit der Gründung des Arkadischen Reichs befand es sich nahezu ständig im Krieg mit seinen östlichen Nachbarn. Sargon, der Begründer des Arkadischen Königreiches, führte ab etwa 2300 v. Chr. etliche Feldzüge gegen elamischsprachige Könige. Er unterwarf 13 Städte im Osten seines Reiches und gliederte sie teilweise in das Arkadische Reich ein. Seine Söhne Rimus und Manistrus uführten diese Tradition weiter. Naramsin war der erste Herrscher, von dem bekannt ist, dass er einen Vertrag mit einem der Könige von Arwan schloss, um sich dessen Loyalität zu sichern. Aus unbekannten Gründen wurde dieser Vertrag jedoch gebrochen und auch Naramsin führte wieder Krieg gegen die Menschen im Osten. Mit Naramsins Nachfolger S.A.R.K. Liserie verlagert sich der Krieg erstmals in das Arkadische Reich. Dem Ende Arkads gegen 2150 v. Chr. geht eine große Instabilität voraus. Einfälle der Guther und ständig wechselnde Könige charakterisieren diese Zeit. Schließlich erobert Pusur in Susenak der letzte König von Arwan große Teile des zerfallenden Arkadischen Reiches. Er ist der einzige König von Arwan, von dem nennenswerte Nachrichten überliefert sind. Im weiteren Verlauf seiner Herrschaft führt er gegen Ur-Nammu-Krieg, der ebenfalls ein Reich im zerfallenden Arkadischen Reich erobert hatte. Archäologische Betrachtungen des Gebietes höstlich-mesopotamisch zur Zeit der Könige von Arwan und des Arkadischen Reiches sind ernüchternd. Weder gibt es Städte noch Anzeichen für eine zentralisierte Verwaltung, die auf einen König gerichtet ist. Es muss also ernsthaft in Frage gestellt werden, was es bedeutete, König von Arwan zu sein. Es könnte auch sein, dass die Könige die Fehlinterpretation der Arkada waren, die an zentrale Herrschaft gewöhnt waren. Unter Pusur in Susenak gibt es das erste Mal monumentale Kunst. Die lineare elamische Schrift, mit der er seine Kunstwerke beschriften lässt, wird mit ihm assoziiert. Wegen des geringen Korpus von 21 Schriftstücken ist sie bisher nicht entziffert worden. Eine gängige Hypothese ist, dass unter Pusur in Susenak eine sekundäre Staatsentstehung erfolgte. Das heißt, als Reaktion auf die ständigen Aggressionen des Arkadischen Staates organisieren sich die Menschen des Hochlandes, um dem zu widerstehen. Die Formierung des elamischen Staates und einer elamischen Ethnie könnte großteils auf die vielen Angriffskriege Akats zurückzuführen sein. Die Dynastie von Simaski-Unamu erobert Mesopotamien und Susa gegen 2100 VCHR und begründet damit die dritte Dynastie von Ur. Mit der Eroberung Susas ist auch der Weg für weitere Feldzüge nach Osten geebnet. Zum ersten Mal wird der Name Simaski in der Regierungszeit von Sulgi-Unamus-Sohn genannt. Sulgi hat eine vergleichsweise differenzierte Beziehung zu den im Osten lebenden Gesellschaften. Ein Teil gehört zu steuerpflichtigen Grenzkolonien. Ein Teil ist unabhängig und wird aber durch Heiraten mit Sulgis Töchtern loyal gemacht und ein Teil befindet sich im Krieg mit Sulgi. Die Simaski werden zunächst als Steuerzahler aufgelistet. Botschafter aus dem Osten waren häufig in Mesopotamien zu Besuch. Der folgende König Su-Sin der dritten Dynastie von Ur führt jedoch wieder etliche Kriegszüge gegen die östlichen Gebiete. Unter diesem Druck kristallisierte sich eine Anti-Ur-Koalition heraus, deren Oberhaupt oder Stellvertreter die Könige von Simaski sind. Als es in der Zeit des darauf folgenden Königs Ibisin gegen etwa 1950 VCHR zu innenpolitischen Konflikten kommt, nutzen die Könige von Simaski die Gelegenheit und greifen Mesopotamien an. Sie verwüsten Sumer und Ur, rauben etliche Tempel aus und entführen Ibisin in die Berge. Dies ist das Ende der dritten Dynastie von Ur. Die darauf folgende Zeit ist weniger gut historisch gesichert. Es wird jedoch wieder Handel zwischen Mesopotamien und Elam geführt und interdynastische Heiraten finden statt. Ähnlich wie in der Dynastie von Awan lässt sich auch in der Dynastie von Simaski archäologisch kein Staat in Elam fassen. Die geografische Region, die mit den Simaskskis in Verbindung gebracht wird, ist nicht einheitlich. Sie weist eine Reihe von unterschiedlichen archäologischen Kulturen auf, wie beispielsweise die Kafari-Kultur in Phars. Diese Befunde werden als eine Konföderation verschiedener Stämme interpretiert, die kein festes zentrales Königtum hatten, sondern nach dem Konzept eines segmentären Staates funktionierten, also nur zeitweise für ein gemeinsames Ziel unter einem charismatischen Herrscher vereint waren, mit der Elamische Periode. König und Taschnapirisha aus der Dynastie der Ytschokiden erbaute um 1250 v. Chr. eine neue Hauptstadt. Das Reich war bundesstaatlich organisiert, an der Spitze stand ein Oberkönig, dem mehrere Vasallenfürsten unterstanden. Dessen Stellvertreter war sein nächstjüngerer Bruder, Fürst von Susa, war der Sohn des Oberkönigs. Starb der Oberkönig, wurde keineswegs ein Sohn der Nachfolger, sondern der Vizekönig und an dessen Stelle rückte dann wieder der nächstjüngere Bruder. Somit waren Streitigkeiten innerhalb der Herrscherfamilien kaum zu vermeiden, oftmals stürzte der Vizekönig seinen älteren Bruder und erlangte so. Die Herrschaft, den Höhepunkt seiner Machtentfaltung erreichte Elam dann aber unter der Dynastie der Shutrochiden. Shutrochna Hand eroberte hunderte babylonischer Orte, darunter Babylon selbst und Sippa, und legte den Besiegten den gewaltigen Tribut von 120 Talenten Gold und 480 Talenten Silber auf die berühmte Gesetzesstelle des Hammurabi. Die wanderte in die Stelensammlung des Königs in der Hauptstadt Susa, wo sie über drei Jahrtausende später von französischen Archäologen wieder freigelegt wurde. Ende des 12. Jahrhunderts vor Christus unterlag Huthelutus in Susinab den Babyloniern unter Nebukadnezar I. In den folgenden drei Jahrhunderten liegen keine weiteren Nachrichten über Elam vor. Neu-elamische Periode Seit der Mitte des 8. Jahrhunderts mit Humban-i-Gassi fließen die Quellen wieder reicher, da sich Elam in einem stetigen Kampf gegen das aufstrebende Reich der Assyrer befand und diese von den Ereignissen genau berichten. Königliche Residenz war nun meist Metak-Tu, eine Stadt die vielleicht leichter zu verteidigen war und deshalb besseren Schutz als Susa bot. Die Elamiter unterstützten zusammen mit den Aramäern den Schaldeaer-Fürsten Merodach-Baladan von Bid-Jekens, sodass dieser 721 v. Chr. König von Babylon werden konnte. In dieser Zeit folgte ein langsamer Niedergang, der seinen Abschluss in der endgültigen Vernichtung des Elamischen Reiches durch den Assyrer-König Asser-Meipel um 640 v. Chr. fand. Elam im Ach-Emenidischen Reich Im 6. Jahrhundert v. Chr. ging Elam im Persischen Weltreich auf und spielte als dritte Satrapie neben Persien und Medien noch immer eine bedeutende Rolle. Seine Geschichte ist seitdem untrennbar mit der Geschichte des Iran verbunden. Von den Griechen wurde diese Provinz Elymais genannt. Das unter den Pathern sogar wieder eine gewisse politische Rolle spielte und wohl auch zeitweilig unabhängig war. Über letzte Ausläufer der Elamischen Sprache berichten arabische Chronisten um das Jahr 1000 n. Chr. Sprache. Die Elamische Sprache, auch Elamitisch genannt, die mit keiner anderen des Alten Orients verwandt ist, war eine der offiziellen Sprachen des Perserreiches Darai-Ossi, ließ fast alle in Schriften dreisprachig verfassen. Altpersisch, Elamisch und Babylonisch Mythologie Hauptgottheiten waren Pineke, Humban in Sussenac und der Sonnengott Naundi. Die Elamische Sprache Die Elamische Sprache